Moin Leute, herzlich willkommen zum nächsten kleinen Video, auch heute wieder. Ich muss das Ganze mal ein bisschen von vorne beginnen. Ich habe ja jetzt seit einem Monat ziemlich gut eigentlich durchgezogen mit YouTube. Das Problem ist, dass ich eben nebenbei noch arbeite und das halt sehr viel Zeit natürlich auch braucht, um Videos zu erstellen, wie ihr vielleicht auch schon auf Kilian seinem Kanal gehört habt. Wollten wir eigentlich auch zusammen eine Karriere starten, das habe ich ja auch schon gesagt. Eben das Problem ist, dass ich selber im Moment auch sehr viel im Stress bin mit Arbeit und ich habe auch nächster Zeit ganz viel vor. Und dadurch schaffe ich das einfach im Moment nicht, die täglichen Videos hochzuladen. Ähm, als ich mir aber tatsächlich am Überlegen bin, ob ich einfach wöchentlich zwei, drei Videos hochlade, ähm, die Tage werden, würde ich dann sicher noch sagen, ähm, also welche Tage das dann werden. Aber ich schaffe das echt im Moment nicht, jeden Tag Videos hochzuladen. Ähm, ja, eben die Karriere mit Kilian, die verschiebt sich auch. Er hat jetzt eine eigene Karriere gestartet. Ähm, dadurch werden wir schauen, wann wir zusammen diese Karriere zocken werden. Ähm, auch ehrlich gesagt möchte ich Formel 1 einfach im Moment für mich selbst ein bisschen spielen oder mit meinen Freunden. Je nachdem, wenn es so kommen würde, würde ich sicher auch noch Videos dazu hochladen. Also mit der Zeit werden sowieso noch Videos dazu kommen. Aber jetzt im Moment zu Beginn möchte ich eigentlich einfach für mich ein bisschen spielen. Ja, ich hoffe, ihr versteht das alle. Aber ich werde auf jeden Fall weitermachen mit YouTube. Die Frage ist einfach, wann. Ich denke, dass ich das ab nächster Woche wahrscheinlich so beginnen würde, eben mit zwei, drei Tagen. Aber, ja, ich muss mir zuerst, zuerst auch noch ein bisschen Gedanken darüber machen. Aber, ja, wahrscheinlich wird das so kommen. Und auch, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schaut euch meine alten Videos an. Eben, ich habe jetzt einen Monat schon durchgezogen. Auch schon Cessors gemacht, noch mit dem alten Formel 1. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch gerne noch anschauen. Und Rocket League habe ich noch. GTA, FIFA und Rally, MotoGP, ne, nicht MotoGP, Dings habe ich. I Love The Man. Ja, auf jeden Fall, ihr findet sicher irgendwas, wenn ihr Lust darauf habt. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und eben, wartet einfach ab. Ich werde sicher noch ein Video dann bringen, wenn ich mich entschieden habe, wie ich es machen werde. Also gut, Leute, haut rein. Ciao.